Wisst ihr was ich mich manchmal frag? Lass mich das Drehbuch schneiden Oder der Rez... 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 Regisseur. 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 Regisseur ist richtig, ne? regisse regisse nicht richtig nein regisse regisse regi kranken sprach einfach in google google eingegeben ich habe gerade einen pfeil im kopf riesige gesprochen riesige aber ich weiß ihr wisst was ich mein riesige scheiß drauf riesige regisse ich will das jetzt gerade aussprechen regisse 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 hey siri hey siri hey siri wie spricht man riesige aus mit einem schnellen e mit einem schnellen e was sind das für ein sprich mit schafen regisse 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 auch sie regisse 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 ich schwöre auf mein leben ich kann das wort ich kann das wort normalerweise ne ich kann das wort ne regisse 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 hey anthony ruf mich mal an ja jetzt bin ich gespannt regisse 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 reg Hättest du auch? Der schickt mir eine Sprachnotiz und sagt es auch falsch? Bro, bist du behindert? Regisseur, was ist daran so schwer? Ist es richtig? Junge, woher nimmst du dir das Recht, dir gerade eine Sprachnotiz zu machen, wenn du wirklich deinem Deutschen... Also, warte mal, hä? Rezigeur, scharfes Essfit, scharfes Ess, Rezigeur, 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 ich ruf Sidney mal an, Rezigeur, ich ruf einfach Sidney an, Regisseur, Regisseur, du musst, du musst sagen, Rezigeur, Sidney, Jo, ganz kurz, wie spricht man Rezigeur aus? Wie hast du das ausgesprochen, Junge? Junge, sag elf mal kurz. Sag mir nochmal ein. Nein, sag jetzt. Nein. Sag. Rezigeur. Weiß ich nicht, hört sich auch nicht gut an. Sag mal. Rezigeur. 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 Nein, Rezigeur. Rezigeur. Mann, du bist auch... Du bist auch geil. Rezigeur. Ey, wie schwer ist das? Ja, ne? Sag noch einmal. Rezigeur. Mann, du bist auch falsch, gell, wirklich, dass ich auf die Idee komme, dich anzurufen. Mann, komm, wirklich, sparst dir. Danke, ne? Super. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Ihr seid so dumm. Mann, ich habe eine Sprachnotiz von dir. Egli, ganz kurz. Regisseur. 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 Regie. 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 Regisseur. Regisseur. Ganz kurz. Wie spricht man Regisseur aus? Was? Regisseur. 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 Ich bin sicher, was hast du denn gesagt gesagt. Regisseur. Ist richtig? Ich kann es nicht aussprechen, aber ich weiß, was das ist. Das ist der Mann, der dirigiert. Der dirigiert, ja. Das heißt aber Regisseur. Regisseur. Glaub ich. Glaub schon. Also Regisseur. Sag ich es richtig? Nein, das sage ich nicht. Regisseur. Regisseur. Ich habe einen Sprachfehler. Mach weiter so. Nein, super. Bist der beste, ehrlich. Wirklich. Ja, noch mal. Ja, super. Bist der weiße. Nein, das ist der beste. Ja, ja. Ja, ja. Hey, ich glaube, ich habe in dem Fall einen Sprachfehler. Muss ich offen und ehrlich zustimmen. Also, das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich bin mir sicher, dass ich das Wort kannte. Regisseur. 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 Tut mir leid. Kann ich nicht. Regisseur. Kann ich nicht. Regisseur. 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 Bis zum nächsten Mal.